Und Sie begrüßen mich gemeinsam mit mir, den aktierenden Deutschen, die Deutschmeisterin in den Fohleissanzen, trainiert von Gerd Pomer, dem er hat schon Peter Kölsch. Bitte, auf den Sieg von Ferranas, Kühl ist Eis! Und Sieg von Ferranas, Kühl ist Eis! Und Sieg von Ferranas, Kühl ist es so schön, wenn Sieg von Ferranas, Kühl ist es so schön, wenn Sieg von Ferranas, und Sieg von Ferranas, Kühl ist es so schön, wenn Sieg von Ferranas, Kühl ist es so schön, wenn Sieg von Ferranas, Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus